Achtung, alle Einheiten. Wir haben ein Kult-Slex-Objekt, das sich weigert anzuhalten. Die Einsatzleitung weist alle freien Einheiten an, auf TLC2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Verdächtiges Fahrzeug ist ein grüner Mazda. Alle Einheiten, wir sehen eine 10.75. Bleiben alles zusammen, schnell bei. Unser Raser am Plade hier mal in grüner Hand. Sieht aber nicht weiter schlimmer aus. Am Plade, wir können einhalten, kleine Routine 10.73 vorausschicken. Achtung, das ist in der Schatz, stell dir! Stand bei, stand bei. Sie sind direkt in uns reingefahren. Hecht. Stopp, genome. Schnell. Er macht sich bald. Komm nicht an ihm vorbei. Verdammt haben wir gerade eine Einheitsfallung. Hochbahnungs 10.10, sind wir beim Spaß? Verwichtiges Fahrzeug gerichtet. Charlie 21. Bin an ihnen dran. Er ist in den LK-Geran. Stell bei. Westname negativ. Er ist noch fahrbereit. Ringverhandlung vorbereiten. Ab Sichtkontakt verleiten. Er brauche durch das Bus-Depot. Er setzt sich schwer. Versuche Sichtkontakt zu halten. Er ist gecrashed. Ich rücke vor. Charlie 21. Er bitte schnellstmöglichen Lagebericht. Es ist immer noch kurz rein. Versuchen dran zu glauben. Zentrale 1033. 1033. Liegt hier alles, was ihr habt. Verstärkung ist in wenigen Minuten da. Kamera raus im Wagen. Ich falle aus. Verdichtige Ansicht. Wir sind hinter ihm. Aber Sichtkontakt zu halten. Versuche ihn wiederzufinden. Fahrzeug ist entkommen. Sperrt alles ab. An angerechtlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Süden auf dem Riverside Drive. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuelle Infos folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017